Willkommen zurück zu einer neuen Folge Observer! So, wie geht es weiter? Wir lassen uns überraschen. Ich habe auf jeden Fall hier hinten was gesehen. Okay, die wollen den Code haben. Datenspeichereinheit. Okay, da haben wir uns einfach mal was eingeheimst. Interessant. Okay, hier ist was drinne. Okay, hier scheint es nichts mehr zu geben. So, dann nehmen wir uns das Badezimmer mal vor. Und hier unten hat man ein Buch. Ja gut. Könnte sauber sein. Nein, erst unten. Ah, okay. Ausweis. Adam Lesanski. Kann man das hier nicht ausscannen? Tatsache. Hier haben wir ein Buch. Ein Prozessor. Jetzt weiß ich auch für was diese Dinger sind. Da ist immer irgendwas zu finden. Interessant. Ein altes Motherboard. Das scheint sehr alt zu sein. Ja. Ja. So, jetzt. Ja, was machen wir jetzt? Da ist irgendwas. Schade, ich dachte man kann damit irgendwas machen. Warte mal. Warte mal. Ist mir hier nicht... Ne, egal. Ähm. 1-9-8-4. Irgendeinen anderen Code haben wir ja nicht gefunden. 1-9-8-4. 1-9-8-4. 1-9-8-4. 2-9-8-4. 1-9-8-5. 1-9-8-4. 1-9-8-5. 1-9-8-5. 1-9-8-5. Oh, ein Computer. Sie wissen es. Hör mal, ich weiß, du bist jetzt beschäftigt. Wer das lesen möchte, soll bitte auf Pause drücken. Ich werde hier nicht alles vorlesen. Tragischer Unfallaufhörer. Korrupte Daten. Okay. Ah. Keine Ahnung, für was das gut sein soll. Hier ist noch mehr Blut. Warum ist die Tür zu? War da hier nicht irgendwas? Ne, der nicht. Ich habe deaktiviert das Appartement Security System. Leiden die Schmerzen. Das einfach nicht fühlt sich gut. Du bist noch immer noch alive. Ich weiß nicht. ... und warte für die instruktionen. Woah! Woah! Ah! Was zum Henker? Ähm... Befrage die Nachbarn. Ich muss die Frau finden, die versucht hat, das Opfer zu kontaktieren. Sie könnte noch im Gebäude sein. Ihr Kompass-ID ist HN. Keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Schade, ich dachte, das kann man irgendwie machen. Was ist das für ein Krach da draußen? Eigentlich dürfte mir doch gar nichts passieren, ich bin Polizist. Ich will da jetzt aber auch nicht rausgehen. Da gehe ich freiwillig jetzt nicht raus. Sieht sehr lecker aus. Nein, nein. Hier war ja nirgends sowas drin. Oh, hört der Scheiß da draußen auch mal auf? Okay. Das war doch vorhin nur ein Auto. Und er hat hier ganz viele DVDs rumliegen. Interessant. Ich würde gerne wieder raus wollen. Dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwas machen können. Und dann... Hier war wieder der falsche Knopf. Das war wieder der falsche Knopf. Da hinten ist sogar ein Bild. Was? Das sehe ich jetzt zum ersten Mal. Geil. Geil. Hmm. Mit der Tastatur da drin kann man auch nichts machen. Irgendwas mit Informationen. Also wenn ich jetzt hier feststecke ist das scheiße. Aber gut. Dann würde ich sagen war es das auch mit der Folge. Und ich hoffe in der nächsten Folge kann man dieses Zimmer hier verlassen. Bis dahin bleibt entspannt. Genieß den Tag und bye bye.